Ein Blasenschrittmacher ist eine Kombination aus einer Elektrode, welche im kleinen Becken implantiert wird. Zusätzlich hat man einen Schrittmacher analog zu einem Herzschrittmacher und dieser Schrittmacher sendet 24 Stunden jeden Tag Signale zu den Nerven im kleinen Becken und moduliert diese nervale Fehlfunktion im kleinen Becken. Für was kann man diesen Schrittmacher verwenden. Erstens, wenn man Probleme mit der Blase hat oder wenn man Probleme mit dem Enddarm hat. Natürlich wirkt dieser Schrittmacher auch, wenn man beide Probleme hat, also einmal Blasenprobleme oder Probleme mit dem Enddarm.